Runter, soll ich runterfahren lassen? Nein! Ja, durch mein Bruder habe ich einen guten Eingang in meiner Schule. Bei den ganzen Lehrern und so. Recht gut. Woher der Angi-Sniper? Nein, das ist ne Wiegel. Ich geh schon wieder, ich hab nichts gesehen, Pengu, keine Sorge. Wie viel Leben hast du denn verloren, Neo? Es könnte eventuell gut sein, dass Pengu... ...eventuell jemanden getötet hat. Was? Was du mir alles zutraust? Ich bin bei Simson. Ich bin bei Simson und der ist tot. Der Typ ist tot. War Simson nicht KOS? Was? War ich? Ich weiß nicht, wer KOS ist. Ihr müsst ja sagen, wer KOS ist. Soweit ich weiß, woher jemand... Okay, viel links KOS. Ich musste es auch nochmal mit ner Deagle probieren. Es war über meine KOS.